Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Thysmophobia. In der letzten Folge hat Craven überlebt und die zwei Damen nicht. Was ist mit dir los? Du darfst gleich nämlich mitspielen. Sag mal, ist nicht gerade, ist ein bisschen ungesund, oder? Das kommt, braucht man Physio. Morgen Gymnastik. Prophysio, wie heißt denn überhaupt der Geist? Sag mal, ihr läuft da rein, also... Auge mal doch noch nicht. Doch, Ruth, die Ruth. Hello, it's me. I was wondering if... ...die ist... Bitte nicht, bin ich mitten. Ruth, wo bist du dann? Das ist voll der Insider gerade, oder? Irgendwie. Ein bisschen. Die Ruth. Ich gehe mal nach dem Knochen gucke. Aber der ist eigentlich immer dabei, oder? Der ist immer dabei. Er war aber auch schon in dem Bettdeck verpackt. Echt? Ich glaube, das gibt ja auch Kohle, wenn man die mitnimmt, gell. Ich glaube, 10 Dollar. Ja. 10 Dollar haben, und die Scham ist viel. Ja. Ich... ähm... Hä? Wo bist du? Kitchen. Goodbye. Jemand ist wie kaputt. Mann, herrne Muffler mit der Scheiße. Mach doch alles nur ein bisschen schneller für uns. Ja, mein Tod. So, und mir hättest wissen müssen. Guck mal, du leid schon, ein Tod. Ein Tod? Ein Dose. Ach, ein Dose. Was? Was? Eine Dose. Er hat schon gerade Dose gespielt. Gut, man, wir spielen nicht gerne Dosen. Der war gut, komm. Ja, der war sehr gut. Ich spiele auch gerne Dosen. Oh! Der war zwar flach, aber gut. Oh mein Gott, ey. Es ist aber ehrlich hingefallen, wie ist Satan schon? Oh, was hast du da jetzt gerade gesagt, gell? Ja, er so. Ups? Ups. Äh. Wer läuft da gerade? Kein Gespenst. Ach, das Katja. Äh, Katja. Ich wart raus. Nee. War der Geist, aber kein Gespenst. Weil es gab Fuß. Das war immer ich's, ne? Spitzig. Ja. Ah, ich hab ein Orb. Echt? Wo? Ungefrierter Temperatur. Ähm, hin und weg. Vom Fenster. Gefrierter Temperatur. Zieh ich gleich. Auslag? Drei. Ich hab kein gespiert hinter. Also ich hatte gerade, äh, Schaum vom Maul. Schaum? Ja, ja. Gefriertemperatur. Aber doch, ähm, kalter Atem. Oder heißer Atem, so. Und was heißt da, äh, Orb? Juhu. Aber kann immer noch ein Mimik sind, ich würde, Orb nicht ingebern. Das war auch mein erster Gedanke. Hat uns nämlich schon zweimal verarscht. Aber die Box gibt mir da keine Antwort. Bist du hier? Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Ja. Wo bist du? Box. Ich würde sagen, dann sind es nur noch die Fingerabdrücke für Mimik. Gucken wir mal. Gerade der ist... Guck an. Nichts. Nee. Gerade der ist ein Uffengang. Also deine Sandy ist gerade bei 25%. Meine, oder? Nee, nee, ist der Harni. Ah, du hast einen Fingerabdrücke an der Tür. Hier. Dahinne? Ja. Ja, Mimik. Wie kommst du das da auf? Nochmal? Fingerabdrücke. Box. Gefriertemperaturen. Ach so, die hast diese... Ah, ja, okay. Hat die Box Antwort gehabt, ja? Ja. Könnte man jetzt aber ein bisschen Geld machen. Hab mir schon ein paar Fotos... Verwende das Kruzifix, um den Geist an der Jagd zu winde. Jetzt hab ich schon Ring geschmissen. Und Kerze aus bloße. Die ruht. Was ist denn der Mimik, du? Dann stimmt das ja auch nicht. Oh, was hier steht. Was? Der scheint nur auf Personen zu antworten, die allein sind. Oder stimmt ja dann gar nicht. Wir waren ja alle drin. Ja, das ist irgendwie... Ich finde das manchmal ganz blöd. Habt ihr eine Kerze dabei? Nein. Das war schon Feuerzeug. Dann bin ich was mit. Nicht. Ich war uns mit. Alles do. Die Kerze ist schon drin. Oh, ich hab jetzt Arbeit. Wach. Da. Hopp. Lass sie die Kerze aus. Geist. Los. Erst hintermendlich. Vielleicht mal andere Kerzen. Oh, ne. Wer ist tot? Niemand. Ich bin hochgerannt. Das war aufregend. Kruzifix fehlt da. Also müssen wir eigentlich drin stehen bleiben im Radius, oder? Nein. Ne. Ne. Das rafft der nicht mit dem Kruzifix? Nö. Das kann ich vergessen. Da hab ich noch keine Lust drauf, das zu raffen. Hat jemand von euch ein Fotoapparat? Ja, hab ich. Okay, dann können wir mal rennen. Ich stäbchen. Vielleicht kann ich ein Foto vom Geist machen. Telefon. Da ging die Tür auf. Wo? Dort. Wo du gerade warst. Hier die. Hinter dir. Die hier. Da hast du Hand ab. Wo? Foto. Guck mal, wenn wir hier noch hin. Ah, ey, Kruzifix ist angefressen. Wir sind durch. Da ist auch einer. Kruzifix ist abgezeichnet. Okay. Und raus, Kinders. Jetzt müssen die Tür zugehen. Dann lach ich nicht aus. Guck mal, wie die Fotos aussehen. Fingerab... Fingerabbrücke. Drei Fotos. Dürft ihr gutes Geld geben. Uah, Leck. Jetzt. Ich war gerade in ihrem Schädel drin. Das sieht man die Aue als. Ah, furchtbar. Und die Zähne. War eine Engelockt? Nee, noch nicht. Was ist denn jetzt? Da ist gar nichts drin, außer eine Zunge. Okay, Mimik. Der Mimik. Ja, wer lockt eigentlich? Okay, dann schieße ich ab. Ja. Ja, das vollere Kruzifix. Kru- Kru- Kruzifix. Wow, ne. Kruzifix. Das ist Kruzifix. Heiland-Sakrament. Nochmal, oder? Heiland-Sakrament. Ach, Mann. Der Mimik-Bass. Yeah. Mimik-Bass. 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 Wir haben ja eine Knochen gefunden. Nein, haben wir leider nicht gefunden, aber ist ja egal. So, dann danke ich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Stimmt, bis zum nächsten Mal. Wir haben alle überlebt. Verdammter Scheiße. Wir haben alle überlebt. Ciao. Hm. Mhm.